herzlich willkommen zu einem neuen video vom kanal heute spielen wir die demo von super smash bros vor nintendo 3ds so wer wollen wir sein ich will mario sein die anderen dürfen random sein ja ich starte ich also hier es kommt so ein box die mario box die weg ja 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 jetzt mal ein bisschen anpfackeln und an welchen schlagen Ja. Schade, ich muss halt nicht was das für eine Attacke ist. Was? Ich habe den Insel in der Hand geworfen und dann hat er ihn in der Luft aufgesammelt. Und dadurch... Nee, nee, das kann nicht sein. Das ist ein Hacker. Hä? Ich bin doch nur einmal gestorben. Dann habe ich K.O. plus 0 und K.O. minus 1. Verstehe ich nicht. Ich bin ein bisschen zu krass. Das ist... Mein Kopf versteht es nicht. Wenn die alle nicht spielen, außer die. Schade. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Schade. Schade, change. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist einfach so ein Hund. Diesmal habe ich bestimmt wieder gewonnen, ne, ich glaube diesmal nicht, nein, ich bin halt einmal gestorben, ja, sonst hätte ich gewonnen, vielleicht, nein, sonst, dann wäre es umschieben, umschieben wäre es dann, ja. Ich will heute auf jeden Fall mal alle Charaktere durchspielen. So. 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 wieder verloren und so schlecht aber mit megaman bin ich bestimmt richtig gut so Aham. Die Runde kann ich echt gewinnen. Mein Schwert. Die Runde kann ich echt gewinnen. Dich hole ich noch. Ne. Da habe ich gewonnen. Ja. Mega, man. Nein, wie habe ich gewonnen? Die haben... Gar keiner hat einen Kill gemacht. Nur ich habe einen Kill gemacht. Durch Pikachu. Ja, also das war es mit diesem Video. Ich würde mich über einen abenden Like freuen. Ciao. Ciao.